Leuchten ist Toast hinter sich. Was bedeutet das? Ich glaube, der gibt Geld für das Spiel, was? Okay, ich spiele den Charakter zum ersten Mal, wenn wir kämpfen gegen ein Level 6. Ja, wenn wir verlieren, ist da deine Schuld. Alles klar, okay. Ich hoffe, wir treffen uns unter besseren Verständnis. Superman bewegt sich irgendwie nicht. Oh, sehr gut. Okay. Der Superman ist, glaube ich, ein Superanfänger. Das ist auch der Wissen. Der Batman ist Level 6. Superman ist Level 1. Oh, jeez. Hammer. Ich habe Dynamit eingesammelt. Aber ich kann immer laufen beim Schaden. Boah. Wir haben Raumschiff und Rakete. Weiß nicht, ob man gewinnt hat, verlieren. Ich finde, das sieht gut vor uns aus. Die beiden sind ziemlich angeschlagen. Und du auch. Au. Der macht der Schattenbox in der Luft. Ich habe Superman rausgehauen. Ja. Okay, ich kann Kuchen werfen. Nein, fuck. Oh, ich kann den Drop kicken. Oh, das wäre... Und gab mir auch einmal... Okay. Gut, wir sind direkt zu mir geprüglichen. Aber ich habe einen Kuchen auf Batman geworden. Nein, was? Redfick. Nein. Boah. Boah, wie haben wir es verloren? Scheiße. man kann mal sehen der andere hat mich getrostet deswegen habe ich zurück getrost ich habe den dann getrostet da ist mich aufklärt man sagt ja koffizilla ja dann glaube ich besser wenn man verwirrt und resort auf mich runter gefallen ich habe ihn sofort weggeboxt aber ich glaube ich eine rakete kommt gerade die 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 das ist warum ist er so riesig ich habe so viele cooldowns unter meinen karakter ich komme meine eigene rakete man kann ich angreifen man hat eine stange dynamit die ganzen sound effekte aber der hat mich gespeich ja 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 Oh Gott Bonk Bonk ich habe nur noch rick gehört wie der auch scheiße warum tut bugs bunny rick trash talk wenn man unter den charakteren sieht man ob die match war nur nicht ich habe ein ja gut dass wir daran von pacman ich habe auch ein hammer okay aber ich bekomme ok der rjp noch der pizzer ich werde dann ich habe mir die mutter ja nein ich habe keinen kommenten mehr aber ich bin schon mehr dieses komische das war schon ein paar mal dann ist da macht man den save das ist das ist das ist das ist das ist oh gott ja eine menge sachen ja doch wieder sterne wir sind totbruder ja oh ja wir kriegen auf die presse tut es auf den geworfen vielleicht noch mal nicht wenn wir den zu stark ein bisschen zu ernst alter ich kann gar nicht ja ein trevor auf den geworfen so ein bisschen besser als wir nein bitte nicht aber die bananen sahne kuchen ich bin gleich aus oh was that was that und herausgehauen hat noch ein rausgauen charakter aus marvel nein 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 die hat jetzt nicht die griechischen götter da ja doch aber ja die wunderung ist ja eigentlich die tochter die tochter von die sie auch ist ja anscheinend weiß ich weiß dass in marvel bis hier das match am gewinnen ja ich hab das mädchen gefunden drei chaos gemacht in dem spiel alter langsam kriegt den kopf daraus ich habe nicht warum nicht wisst ihr wie wusst ihr wie viel ich masturbieren was im sohn abend zu kriegen machen ich halte mich dann ich bin schon draußen a wind of hell das ist eine anspielung an demokrons winterfell eine stadt hat sogar die ganze hochgekickt jetzt sind gerade die 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 waffen als er ist bescharmt ich ja was damit die meinen getroffen fast auf die los habe ich doch nicht meine reikete kommt näher nein die hat er geblut ja ich bin der beste wahrscheinlich gemacht habe ehre wir mehr gebührt ich zurück getrostet habe da muss ich mal früher tosten ich bin schon in meinem ding schon wieder neuen erfolg hier nette rede habe ich 30 10 jahrzehntos verschickt oder so ich habe ein neues collaterale damage oh gott oh hey da sind wir ganz by enough in dieser line wir können nicht also in firma gesehen da in der gigante ich meine ich habe dir mal gesehen ja ist ein sehr guter fan aber ich noch sehr sehr jung und sehr sehr doof also ich weiß nicht ob er so gut war wie alle leute sagen weil ich ja ich habe gott war die level ist sehr unsicher also pflanze ich habe jetzt ein bisschen aber noch so einen dicken ja mein gott hört sich an die transformer zum teufel wir machen aber nicht so viel auch so auf euch waren es ist diese eigentlich niemals gewinnen dürfen noch mal ich bin also runtergefallen durch die blöde arena wir müssen dann ist auf den seinen brust er das steht für superman bei der jungen auf den jetzt trifft der mag die comics von superman und der roboter der will auch superman sein deshalb ist auf seiner brust da haben sie beim trailer vom spielen witz darüber gemacht superman und die beiden zusammen gejahre geteamt haben in dem spiel ja dann habe ich gesehen ich nicht atomo ich superman da nicht im gefahr trauriges ende oder so ja der opfer sich in atomrakete rein aber es hat auch ein happy ende weil der kann sich wieder zusammensetzen selbst nachdem er total zerstört wurde war mein links zu kauten da habe ich daran konnte so weil sie nicht ich bin haben draufhauen die matches von tom und jerry sind im prinzip tom versucht die ganze zeit jerry zu töten dabei kräft der angriff und hat man für ein cooler movie dass der eisen gigant runtergefallen ist ich habe die granate getroffen das hat ihn runtergegeben nein 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 kräft der pflanzt diese dinge am boden ja ich sehe mal so sie sich die roten pflanzen hier links ich sehe hier nur die gegner plattform habe ich nicht gerettet weil ich habe meine rakete und er hat mich mal weg ? oh nein 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 einfach gedroppt ich reinige dich mal ein bisschen das den film bis seine magie ich trete ich weg knapp wenn wir gerade einem intensiv übergezogen rechtzeitige spezialität ich habe keinen mehr ich habe eben eingegeben sogar dir jetzt habe ich auch wieder ich habe so gerade angebracht ich habe gar nichts gemacht ich habe gesagt hat baby man versucht mich jeder rick player irgendwie zu spiken damit wir sollen die frage das so ein ding wo die denken dass die uns alleine fertig machen können wahrscheinlich wie falsch sie doch liegen apari aus du bist ein mädchen war ich auch noch den kuchen ich bin riesig war riesig ich bin knapp werden das gibt es nicht etwa von unverdienern wir haben uns voll fertig gemacht ich habe drei kaos dann also seine dicke rechte arm von dir ja das hat nicht unbedingt bewegst noch nicht mal auflegen aber ich habe zählt wird oder die machen wirklich so ein spiel da die wir uns alleine besiegen wollen ja ich meine habe den kuchen erledigt sie sind bestimmt auch ein bisschen ja science ain't got nothing on my chemistry ah so oh oh